In diesem Video stelle ich euch ein besonders interessantes und lesenswertes lateinisches Werk vor. Es geht um Senecas Epistolae Morales, also seine philosophischen Lehrbriefe, die er an seinen Freund Lucilius geschrieben hat. In diesem Video werde ich euch ganz kurz erklären, was es mit Briefen in der Antike auf sich hat und dann gehe ich auf den Aufbau, den Inhalt, den Adressaten und auf Sprache und Stil der Epistolae Morales ein. Los geht's! Wir wissen, dass die Lese- und Schreibfähigkeit in der römischen Gesellschaft viel verbreiteter war, als es zum Beispiel in der mittelalterlichen Gesellschaft der Fall war. Auch Jungen und Mädchen der unteren Gesellschaftsschichten lernten zumindest grundlegende Fähigkeiten im Lesen und Schreiben. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass auch die Römer schon vor 2000 Jahren sich zu ganz unterschiedlichen Anlässen Briefe schrieben. Und diese Schreibanlässe ähneln auch den heutigen Anlässen, einen Brief zu schreiben. Grüße zur Hochzeit, Glückwünsche zum Geburtstag oder zur Geburt eines Kindes. Allerdings gab es im römischen Reich noch keine Post für Privatbriefe. Es gab so etwas wie einen Vorläufer einer Post, aber die war für rein staatliche Zwecke bestimmt. Privatleute mussten sich andere Lösungen suchen. In der Regel beauftragten sie bestimmte Boten ihre Briefe zum Empfänger zu transportieren. Diese Boten konnten Sklaven sein, Kaufleute oder Reisende, denen man einfach diesen Brief mitgab. Das brachte natürlich mehrere Nachteile mit sich. Man war sich nie sicher, ob und wann der Brief seinen Empfänger erreichte. Oftmals waren Briefe, die über mehrere hundert Kilometer verschickt wurden, mehrere Wochen unterwegs. Die Briefe konnten unterwegs verloren gehen oder sie wurden von einem Unbefugten geöffnet. Wir unterscheiden vor allen Dingen zwei Arten von Briefen. Einerseits haben wir die echten Briefe. Das sind aus einem konkreten Anlass verfasste Briefe, die nur an ihren direkten Empfänger adressiert waren. Sie waren also nicht für ein breites Lesepublikum, also nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Andererseits haben wir die literarischen Kunstbriefe. Das sind Briefe, die sind entweder von vornherein für die Veröffentlichung bestimmt oder sie wurden im Nachhinein für die Veröffentlichung überarbeitet. Der berühmteste Autor echter Briefe ist natürlich Cicero. Wir haben seine Briefe an seinen Freund Atticus, aber auch die Briefsammlung ad familiaris, also an Freunde, politische Kollegen und Verwandte. Das sind echte Privatbriefe, die sich nur an den konkreten Empfänger richten. Und vor allen Dingen Ciceros Atticus Briefe sind zum Teil äußerst unstrukturiert. Er springt von einem Thema zum anderen, kommt dann wieder auf das erste zurück. Das ist beim literarischen Kunstbrief ganz, ganz anders. Die literarischen Briefe sind vor allen Dingen durch eine sogenannte Monothematik kennzeichnet. Das heißt, ein Brief widmet sich hauptsächlich einem einzigen Thema. Die berühmtesten lateinischen Autoren solcher literarischen Briefe sind Plinius der Jüngere und unser Seneca. Daneben gibt es auch noch einige Sonderformen des literarischen Briefs. Wir haben Ovids Heroides und die Versepisteln des Horans. Das sind Briefe, die nicht in Prosa, sondern in Versform verfasst sind. Beschäftigen wir uns jetzt mit Senecas Epistulae Morales etwas näher. Diese Epistulae Morales sind der letzten Schaffensperiode Senecas zuzuordnen. Er schreibt sie in den frühen 60er Jahren, also nach seinem nicht ganz freiwilligen Rückzug aus der Politik. Wenn ihr noch mehr über Senecas Leben und Werke erfahren möchtet, schaut euch mein kurzes Video dazu an. Hier in der Infobox ist es verlinkt. 124 Briefe an Lucilius in 20 Büchern sind überliefert. Aus Nachrichten von antiken Autoren wissen wir allerdings, dass er mindestens 22 Bücher geschrieben hat. Zwei sind also mindestens verloren, sind also nicht überliefert worden. Senecas Briefe beginnen mit der für den lateinischen Brief typischen Begrüßungsformel Seneca Lucilius zu salutem, was so viel bedeutet wie Seneca grüßt seinen Lucilius. Die Briefe der ersten drei Bücher sind insgesamt recht kurz und kompakt. Oftmals enden sie mit einer sehr einprägsamen Sentenz oder einem Zitat eines anderen Autors. Dann folgt die Abschlussformel Vale, also lebe wohl, bleib gesund. Ab dem vierten Buch werden seine Briefe länger, kompakter und auch inhaltlich komplexer. An wen sind diese philosophischen Kunstbriefe Senecas jetzt nun gerichtet? Natürlich haben wir auf der ersten Ebene den direkten Empfänger Lucilius. Lange hat die Forschung darüber gestritten, ob es diesen Lucilius überhaupt gab. Heutzutage ist man sich recht sicher, dass es ihn gab. Er stieg wohl in den Ritterstand, also in den zweiten gesellschaftlichen Stand der römischen Gesellschaft auf. Er bekleidete auch einige öffentliche Ämter und vielleicht wurde er sogar literarisch tätig. Ihm widmet Seneca auch noch seine Naturalis Questionis, also seine naturphilosophischen Betrachtung und sein philosophisches Werk De Providentia. Man kann aber sagen, dass dieser Kontakt, dieser Briefverkehr zu Lucilius hier literarisch inszeniert ist. Denn auf zweiter Ebene richtet sich Senecas Brief natürlich an die gebildete Oberschicht der römischen Gesellschaft. Seine ethisch-philosophischen Handlungsempfehlungen, die Seneca in seinen Briefen an Lucilius ausspricht, richten sich also auch an ein breiteres Lesepublikum. Und dieses Lesepublikum ist natürlich gleichzusetzen mit der römischen Oberschicht, also vor allen Dingen dem Ritter und dem Senatorenstand. Und wir können davon ausgehen, dass dieses breite Lesepublikum der römischen Oberschicht Seneca auch persönlich kannte. Denn Seneca als Berater und Erzieher des Kaisers Nero war ja in der Öffentlichkeit jahrelang durchaus präsent. Er saß im Senat, er traf politische Entscheidungen und er trat öffentlich als Rhetor, also als Redner auf. Und drittens richten sich Senecas Briefe auch an die jeweilige zeitgenössische Leserschaft, also auch an uns. Und das ist das Interessante und auch das Geniale an Senecas Briefen. Scheinbar richtet er sich nur an Lucilius. Ihn spricht er direkt an, antwortet auf seine Fragen. Er führt scheinbar ein Zwiegespräch mit ihm. Aber trotzdem fühlen wir uns auch direkt angesprochen. Seneca widmet sich in seinen Epistulae Morales ganz unterschiedlichen philosophischen Themen. Dabei vermeidet Seneca es, als dogmatischer Lehrer einer bestimmten philosophischen Schule aufzutreten. Stattdessen gibt er oft ganz konkrete lebenspraktische Tipps und Hinweise für eine im Sinne der Philosophie gute Lebensführung. Senecas praktische Philosophie orientiert sich natürlich in erster Linie an der Philosophenschule der Stoar. Seneca legt sich aber keinesfalls ausschließlich auf storische Lehren fest. Er bedient sich auch munter bei Platon und Epikur. Senecas Tipps für eine angemessene Lebensführung unterfüttert er häufig mit Beispielen und Vergleichen. Dabei müssen wir noch einmal berücksichtigen, dass das Ziel der antiken Philosophie, egal welcher Schule, die Vita Beata, also das glückliche Leben ist. Seneca behandelt eine ganze Bandbreite von philosophischen Themen. Es geht um die richtige Lebensführung gemäß der Vernunft Natur des Menschen. Es geht aber auch um Freundschaft, um Reichtum, um Luxus, um den Wert der Zeit, um den Wert der Philosophie. Übergeordnet und alle Briefe durchdringend bleibt aber die Frage nach den wahren Gütern des Lebens und nach der Bedeutung der Virtus. Inhaltlich und sprachlich ist Senecas Stil sehr stark verdichtet. Er verwendet kaum lange Satzgefüge. Stattdessen sind seine Sätze sehr, sehr kurz und häufig ohne irgendwelche Konnektoren, also verbindende Wörter, aneinandergereiht. Wenn Nebensätze auftreten, dann sind es häufig Relativsätze und Ut-Sätze. Damit ihr einen Eindruck von Senecas Stil bekommt, hier mal ein kurzes Beispiel. Dieser Text ist ein kurzer Ausschnitt, aus seinem 16. Brief an Lucilius, und in diesem Brief geht Seneca auf den Wert und auf die Bedeutung der Philosophie ein. Senehac, Nemo intrepide potest vivere, Nemo secure. Innumerabilia acidunt, singulis oris, quae concilium exigant, quod ap hac petendum est. Dicet aliquis, quid mii protest philosophia, si fatum est. Quid protest si Deus rector est. Quid protest si casus imperat. Ihr seht, dass diese kurzen Sätze einfach so aneinandergereiht sind. Es fehlen verbindende Wörter wie sed, etiam, et oder nam. Dieser dichte und kompakte Stil ist natürlich nicht frei von sprachlicher Kunstfertigkeit. Selbst in dieser kurzen Stelle finden wir allerlei Stilmittel. Schauen wir uns mal die drei Fragen zum Schluss an. Das sind natürlich rhetorische Fragen, auf die der Autor keine Antwort erwartet. Gleichzeitig ist das ein dreigliedriger Ausdruck, ein Tricolon. Der Satzbau ist parallel, also ein Parallelismus. Wir haben die anapha von quid protest. Und solche Stilmittel finden wir in vielen von Senecas Briefen. Auch wenn Senecas Sprache recht einfach ist, müsst ihr ein paar grammatische Themen drauf haben. Dazu gehören vor allen Dingen die Imperative und der Vokativ, Ut-Sätze und damit einhergehend natürlich der Konjunktiv. Vor allen Dingen kommt bei Seneca Konjunktivpräsens und Konjunktivperfekt vor. Wiederholt auch noch einmal die ND-Form, vor allen Dingen das Attributive und das Prädikative Gerundivum kommen bei Seneca sehr, sehr häufig vor. Ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid über Adressaten, Aufbau, Inhalt, Sprache und Stil von Senecas Epistulae Morales. Und vielleicht macht es euch ja genauso viel Spaß wie mir, Senecas Briefe im Original zu lesen. Probiert es einfach mal aus, nehmt euch einen kurzen Brief aus den ersten drei Büchern heraus und lest ihn einfach mal durch. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, curate und valeatis.